ihr müsst einfach denken die straße gehört euch jungs sobald ihr mit diesem gedankengang rangeht dann schafft ihr das easy wie jedes mal wenn ich fahre denke ich mir die straße gehört mir ja also ist noch Raffen Sie sich! Ja, lassen Sie mich doch frei! Ja, dann raffen Sie sich! Dann lassen Sie mich frei! Sie haben mir seit einer Stunde, ich soll mich raffen! Wollen Sie mich verarschen? Lassen Sie sich doch einfach frei! Ich hab mich jetzt die ganze Zeit bedommen! Nein! 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 Boah, jetzt haben unsere Leute die schlechte Posi! Ich f*** deine Mutter! 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 Naja, jedem seins! Also, weil die nächste Arbe ist, F***! Du bist halt auch ein Opfer! Was hast du gesagt? Du bist halt auch ein Opfer, ne? Ehrlich? Steig mal aus! Was? Und jetzt? Oh mein Gott! Gehst du auch in Dauerfunk, ja? Und jetzt? Du bist und bleibst ein Opfer, Digga! Du streckst Triaden Spaß, Digga! Meinst du? Alles klar, alles klar! Da vorne bist du blind! Da wo die ganzen Leute stehen! Hallo Jungs! Ich hab eine Frage! Äh, ist Gossi... Äh... Abdel Faruk da? Gossi Abdel Faruk, ist sie nicht bei euch? Ist sie überhaupt bei euch? Du hörst du mich jetzt? Mach dir das jetzt oder was? Ich hör sie! Ähm, ich geb das grad durch! Moment! Geh ne Masse aufwachen Jungs, ne? Ey, du fährst einfach zu unseren Leuten dann, ne? Nicht irgendwo anders, ne? Wie sieht's aus? Fert ihr Dreck? Nicht, wenn sie... Wenn sie jetzt die Waffe an den Kopf der Geisel halten, dann ist es vorbei, na? Ja, dann ist es halt vorbei! Moment, nach links ziehen! Auf dem Pediler, klein! Auf dem Stiel erstmal! F***, 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 F***! F***, 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 F***! F***, F***, F***! Warte, warte, warte! Ihr fährt von Dichern runter, die fahren weg! Ey, fahrt wieder hinter mich, fahrt wieder hinter mich! Bleibt da, bleib da! Ja, sind wir okay, Demi, mein Freund? Ja. Kriegst du auch den Doppelstich der Ehre? Nein, sorry, den Dreifachen Stich der Ehre! Den Vierfachen, den Vierfachen! So, willkommen auf jeden Fall in der Familie! Du weißt Bescheid, du kriegst den Deutschen Ehre! Ich nehm die Abkürzung hier! Oh, tut mir leid, Diana! Nimm diese Zähne ab und auf sie ab, ey! Niiiihihi! Hey, Atriant-Germixer! Atriant! Tjaaaaaah! Ich hab Nasebluten! Wie, Nasebluten! Warum machen die die? Ich stell jetzt eine Regel auf, unterbrecht sie nicht! Also, wie auch gleich schon erwähnt hat, ja, da viel Schaden zugekommen ist, ähm, was unschuldig war. Also, die Fitna-Leute haben nicht irgendwie die Frau von euch umgeboxt oder was auch immer. Das heißt, ihr habt die halt einfach ohne Grund halt zu Boden gestreckt, ne? Was sagen? Das letzte hab ich nicht verstanden. Ich bin auch nicht mitgekommen, was alles gefordert wurde. Ich mach nochmal langsam her, vielleicht ein bisschen zu schnell. Also, das, was die Jungs verloren haben, 5 Waffen, 100 Max, also 5 Advanced, 100 Max dazu, 30 Westen und eine Entschuldigung an die Fitna, natürlich alles menschlos und nicht irgendwie per Papier. Oh, ihr Benzinkanister! Im Westen so selten! Was ist denn geisteskrank? Ey, ich dachte, ich darf einen Konflikt haben, stirb du! Stirb du, stirb du, Bruder! Stirb du! Hä? Ey, holt mich mal, holt mich mal! Springen! Warum springen? Ja, weil du hängst! Er ist doch besser! Springst du? Übertreib nicht, Esther! Hä? Hä? Warum, Polizei? Ich glaub's nicht, Esther! Ah! Sehr hoch! Ähm, ja, bitteschön hinterher! Wie können Sie gehen? Schließ doch, Esther! Nee, ich bin beschossen! Bombsfotter, Kuh! Esther, lauf! Lauf, Esther! Alles gegen dir! Jetzt einfach den Bart checken und kannst du das einfach gleich auf dein Konto einzahlen, ja? Okay! Warum kippt er nicht? Komm mal her, du Frühstück! Komm mal her, du Frühstück! Was ist mit dem los? Warum kippt er nicht? Der hat drei Macs reingehalten! So! Ja! Die Uhr könnt ihr lesen, das freut mich, dass ihr die Uhr lesen könnt! Pünktlich seid ihr! Ich drück' euch nochmal alle, ne? Mach's gut! Man sieht sich vielleicht irgendwann im Himmel oder so! Wir kommen nicht in den Himmel! Man sieht sich in der Hölle! Man sieht sich, man sieht sich! Santa Maria! Also! Das ist also jetzt hier die Auslieferung, ne? Eures Fratellis! Richtig! Das ist die Aus... An uns! Die schöne Straßengang! Verdammt, man! Die scheiß lila Hose, das sieht scheiße aus! Unten zur Straße! Denk dran! Oha! 5 Dollar! Es steht 5 Dollar auf dem Boden! Die scheiß lila Hose aus, Uwe! Es sieht scheiße aus, Uwe! Okay, mach ich! Sofort! Jetzt mit der Geist nach vorne und nehmen wir diese Karre! Komm mal jetzt mit hier! Komm jetzt... Okay, warte, warte, warte! Du... Du wirst jetzt die Fahrt rum fortführen, ja? Komm mal mit zum Auto! Wir haben jetzt die dritte Geist! Schild! So, Sir! Darf ich raus? Schild! Schild mal jetzt! Ja, du kannst raus! Komm mal raus jetzt hier! Ich komm raus! Ich komm raus! Alles gut! Schäde dich hier hin! Die Geist bekommen wir gleich! Ja, die Geist bekommen wir gleich! Ja, die Geist bekommen sie jetzt gleich! Maschallah! Maschallah! Wie glaubst du denn am schwitzen? Oh, ich bin so am schwitzen! Ja, bin ich halt nicht! Verdammt, ey! Scheiße! Arian! Arian, du kleine Wiskepunst! Arian, du kleine Wiskepunst! Was passiert? Du kleine Wiskepunst! Arian! Rosi, was? Rosi? Rosi! ROLLEN! Nein ROLLEN! Hey Linh Chancellor, ist ausgestiegen! Halt es rein, halt es rein! Halt es rein, der ist ausgestiegen, diese… Boah, leider gibt es der Hilfe! Ey Stech ne대ig please, moeten du zu mir, halt deine Presse! Wir fahren Richtung Bowers, wir fahren Richtung Bowers, wir fahren Richtung machenاط Mach Druck, steigt auf, teig nur das micelle Wir fahren jetzt Richtung Bowers. du kommst dir an das sympathisch vor alles klar jetzt kein willkommenes geschenk oder so doch gleich okay alles klar er rufe ich ich weiß nicht wer du bist doch auf jeden fall kappa die schießen aber gott lg oh man wir wollten staatsbank machen ich kann nicht schießen das darf ich ich kann nicht auf tabu schießen ja das war auf jeden fall close hier auf eltern die armen die wollten nur staatsbank machen geisel nehmen und so und ich stehe für vorrecht und gleichberechtigung aus dem grund muss ich allen männern schaden zufügen für den Feminismus! für den Feminismus! equal rights! gleiche bezahlung! ja bitte warum hast du jetzt wieder das auto geklaut ich habe so viele schüsse ich musste immer wieder durch die beste ziehen das musste doch wieder in der schießerei händen! ja will ich ja auch nicht! dafür dass sie das auto geklaut haben das ist keine missgebot bist du kleiner hund du keine missgebot alter! die fallen die fallen PUPPTI weg!! PUSH DIE WEG! PUSH DIE WEG! LOS AUF DIE FUTE! CRYSTS IN OPA! CRYSTS IN OPA! Na� no MCop! LOS AUF DIE FUTE! LOS PUSH DIE! LOS! 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 Ich bin hinter dir, du Köter. Ich bin hinter dir, du Köter. Ja, guck dich doch mal an, du Köter. Hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! 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 Digga, er lasert einfach meinen Rücken. Er lasert einfach meinen Rücken, mein Mate. Warum hast du hier eine Vagos-Flag aus? Gerardo von Aztekas. In Ehren. Wir sind historisch auf eine mit den Vagos, also zieh die aus. Oh, ich hab Angst. Jake, Alter, zieh die aus, du! Und... Du bist nicht mehr auf der Warteliste, kannst du hier verbissen. Alles gut. Hat mir eh gereicht jetzt schon mit dir, ne? Ja, halt deine Flöße, nimm deine fucking Hände. Alter, Junge, Alter, verpiss dich einfach. Dummes Opfer. Kannst du reden, oder brauchst du Hilfe? Ja, überfahren nochmal. Hat sich ja ledig gut aus. Warte, dein Idioten-Liederlöger. Alle fragen mich, wieso ich inaktiv sei. Fragen über Fragen. Ich kann euch das sagen, die Depression. Ficken mein Kopf. Baue eine Mauer aus Tränen. Schreibe alles auf ein Blog. Und ich weiß, ich bin verdammt. Und ich weiß, wir gehen zusammen. Alles hat ein Ende, nun ist das so. Meine Zeit läuft ab, meine Seele ist schon groß.